Hallo zusammen, ich bin Silvia und ich begrüsse euch ganz herzlich hier bei mir zu Hause in Oberkohm. Ich bin Group-Fitness-Instruktorin und auch aktiv im Darmenturm für NZZW. Die Plattform ArgoAktiv finde ich super und darum unterstütze ich das auch gerne. Ich freue mich mit euch zusammen heute Abend ein Ganzkörper-Intervall-Training zu machen. Wir würden zuerst ein kurzes Aufwärmen machen und dann gleich starten mit dem ersten Block. Ich erkläre dann die Übungen alle neun kurz erklären und einfach schnell zeigen wie es geht. Man kann jede Übung auch individuell gestalten, also so wie es für euch passt, wenn eine zu schwierig ist oder zu streng. Liegestützen kann man auf sich neu machen, muss man nicht nur mannelige Stützen machen. Die, die nicht gerne kumpeln, laufen einfach in dieser Zeit, wie es für euch stimmt. Gut, legen wir los. Die ersten drei Übungen an 45 Sekunden, 15 Sekunden wäre das. Ich mache sie jetzt schnell trock durch, damit ihr wissen, was sich erwartet. Die erste Übung wäre das. Wir wollen einfach schauen, dass die Knoe nach draussen kommen und die Hände Richtung Boden runter. Dann die zweite Übung ist ein Squat. Das heisst, wir starten oben, kommen hier hoch und kommen auf die Seite. Die dritte Übung ist eine Bauchübung, und zwar Bein gestreckt, Ärmel gestreckt und dann kommen wir hoch, tief, tief, tief. Hier ist wichtig, dass der ganze Rücken am Boden unten bleibt. Das wären schon die ersten drei Übungen gewesen. Jetzt kommen die nächsten drei. Wir haben zuerst Liegestütze. Zwei Liegestütze. Und mit dem Arm reinlaufen und wieder auslaufen. Wieder zwei Liegestütze und reinlaufen. Dann die nächste Übung ist eine Stabilisationsübung. Mit den gestreckten Armen. Wir kommen auf die Ellbogen runter, kommen wir hoch, das rechte Bein hoch, das linke Bein hoch. Wieder tief. Genau. Hoch, hoch. Ich habe vorhin schon gesagt, Liegestütze könnt ihr auf die Knoe machen. Auch diese Übung könnt ihr auf die Knoe machen, wie ihr wollt. Und dann die dritte Übung. Wir gehen auf eine Seite. Wir starten unten. Squat, Jump, Schritt über. Squat, Jump, Schritt zurück. Das wären die nächsten drei. Dann kommen wir wieder auf den Boden runter. Wir haben eine Rotation. Das heisst, wir können wir hindern. Die Beine lupfen. Und rotieren auf die Seite. Von der Seitenansicht. Hier. So. Gerade den Rücken behalten. Und mit dem ganzen Oberkörper rotieren. Ich bleibe gerade so. Wir haben wieder eine Bauchübung. Und zwar starten wir. Auch hier schauen wir wieder den ganzen Rücken und Boden unten. Und dann hoch, tief, hoch, tief. Und nachdem. Und nachdem. Richtung Bein hoch. Die letzte Übung wäre Mountain Climping. Bergsteigen. Und zwar die Schnauhe. Und das Bein vorne nennt. Genau. Ja. Das wären die neun Übungen gewesen. Die würden wir natürlich die ersten drei machen und dann wiederholen. Und dann kommen wir erst zum zweiten Block. Fangen wir doch gleich an. Mit dem Auffärmen. Gehen wir ins Laufen. Wir machen das noch ohne Musik. Und dann mit Musik. Wir drehen beide Schultern. Von vorne nach hinten. Genau. Nur eine Schulter und die andere. Gehen wir noch einmal. Und gut. Wir kommen breit raus. Wir kommen mit einem geraden Rücken tief. Runden Rücken hoch. Langsam tief. Und langsam wieder hoch. Und noch einmal. Und tief. Und hoch. Und das letzte Mal. Und zusammen kommen. Wir gehen auf und ab rauen. Bis zu der Zicherspitze. Die Handgelenke noch ein bisschen mobilisieren. Genau. Gut. Und dann gehen wir ins Kumpi sälen. Und dann gehen wir ins Kumpi sälen. Die war wendig. Noch vier, drei, zwei. Und noch mal, noch mal. Und gut. Gut. Let's go. 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 Go. Untertitelung des ZDF, 2020 All night long She give me catching All night long Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 5, 3, 1 5, 3, 2, 1 7, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 11 9, 10 10 11 11 11 12 12 12 4, 3, 2, 1, rest 5, 3, 2, 1, rest 5, 4, 3, 2, 1, rest 5, 4, 3, 2, 1, rest 5, 4, 3, 2, 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 rest 6, 4, 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, rest 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 6, 4, 3, 2, rest 6, 4, 3, 2, rest 6, 5, 4, 3, 2, rest 5, 4, 3, 2, rest 6, 4, 3, 2, rest Stretching, mit noch ein langer Rücken. Die Arm strecken, zu viel nach hinten nehmen, tief einatmen und ausatmen. Noch ein runder Rücken. Noch ein gerader Rücken. Dann nehmen wir ein Bein nach vorne, kommen mit dem ganzen Oberkörper etwas nach vorne. Schauen, dass das Knoe nicht vor die Fußspitze kommt. Die Hände können wieder ab und wieder. Und wieder hoch. Das Bein wechseln. Das andere Bein vorne an. Die Oberkörper vorne nehmen. Und zurückkommen. Dann kommen wir auf beide Füsse. Langsam hochkommen. Oder besser gesagt, die Beine strecken. Die Hände bleiben am Boden, wenn es geht. Oder sonst am Scheinbein halten. Dann leichte Knoe kommen. Und langsam aufrollen. Und die Schultern kreisen. Von vorne nach hinten. Und das letzte Mal. Einen Arm hinten runternehmen. Und oben halten am Ellbogen. Und wechseln. Und wechseln. Diesen Arm hinten runternehmen. Und lösen. Die Hände hinten verschränken. Schulterblätter hinten runterziehen. Und lösen. Die letzte. Den Kopf auf einer Seite anblecken. Und leicht ziehen hier beim Kopf. Und wechseln die Seite. Und gut. Ja, das wäre es gewesen. Von meiner Intervalle. Ganzkörperlektion. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns noch einmal. Bleibt gesund. Bleibt in Bewegung. Macht's gut. Tschüss zusammen.